Hey und herzlich willkommen zur siebten Folge von Turo4. Wir schauen ihn auf den Server. Jawohl. Wir warten jetzt hier gemütlich und chillen unser Live. Alex ist da unten im Ofen essen. Nicht mehr. Wie viel Essen hast du? Ich hab ein Hühnchen. Dann 8 und 5 nochmal. Also 13. Insgesamt 14. Ich hab nur 2. Wie viel? Ja. Gib dir mal Hühnchen. Ein Hühnchen ist noch drin und dann gebe ich die D5. Alex ja genau. Du gibst mir alles gesplittet. Na ein Hühnchen kommt ja noch. Ja ihr habt jetzt 8 mal das gleiche Essen. Ja super. Ich darf wieder switchen. Ja da darfst du Hühnchen außen nehmen. Du siehst das im Leben. Unfair und hart. Ich muss mal kurz gucken was ich in meiner Tasche gleich habe. Ich hab noch 16 Alben. Ich mach mir glaube ich noch einen Wassereimer. Ja das habe ich gut gemacht. Beihaft? So jetzt da. Bam. Bam. Eimer des Jahres. Der Eimer des Jahres? Mhm. Ich glaub ich brauch hier eine Spitzhacke wie wir da. Ich hab meiner auf 3. Also Schwert auf 1. Gab auf 2. Ja. Ey warum verliert ihr das ganze Leben da? Sind das unsere Gegner? Aber mehr auf dem Server alter. Nein. Durch die und die rund sind unsere Gegner. Okay. Okay. Hast du noch Gold Alex? Nein. Du? Hm. Ja doch. 3. Wollen wir eigentlich die Melonen dabei anpflanzen oder so? Steve? Nein. 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 Okay. Ich gehe der Wahl nach Äpfel farmen. Nein. Ja das kann ich sagen. Es wäre aber fast praktisch und fucking Pogen darf ich nicht mehr nutzen für was habe ich denn dann unten drinnen. Ach ja nicht. Ich hab ne pearl nach unten drinnen. Ah ja pearl hätte ich ja. Wolltest du doch wegrennen dass wir hinterher pearlnen weisst du? Ja. Die Folge vergeht schon wieder so schnell, Steve. Ja, ich weiß aber auch nicht, wo die sind. Die sind doch nicht auf dem Server, gell? Doch. Doch? Ja, ich hab denen auch geschrieben, ihr kommt, Fragezeichen. Dann sollte vielleicht... Wenn das jetzt schon wieder so eine Folge wasted ist, ey, dann weiß ich auch nicht. Hm. Hatte ich auch Äpfel zu fahren. Ok. Wo bist du eigentlich? Bei dir. Dddd. Hey, jetzt sogar noch 10 Brote. Ja, moin. Gut, dass du das ganze Essen hortest. Irgendwer muss es ja tun. Ja, stimmt. Da kommt ein Leder-Zombie, Alter. Ja. Also den hab ich auch gerade gesehen. Äh? Wo was machen die? Komm, oder? Weiß ich nicht. Alex! Ja? Was? Kannst du mal aufhören, im normalen Chat zu schreiben und so viele Leute anwenden sehen? Nein. Ups. Ey, Steve, hab grad ein Karotte-Krieg. Bringst du uns das was? Ja, da hinten ist aber ein Schwein. Hä? Was sagst du denn? Was sagst du denn? Die runter den Server für lassen. Hey, was soll das? Was? Wollen wir noch schnell essen? Jep. Ich hab aber gebaut von irgendwas. Hm, von einem Skelett, das mir tierisch auf den Sack geht. Wollen wir noch eine Kuh? Was brauchen die schon wieder? Ich will nicht noch... Das ist voll gewastet, Alter. Ich will nicht noch eine wasten, Alter. Wenn die nicht kommen, brauchen wir einen neuen Plan. Ja. Sonst, ich hab gesagt, sonst bauen wir eine Melonen-Farm da irgendwo hin. Da in die Nähe, Steve. Sollen wir? Ich log mich auch gleich aus. Darf er das? Steve, ich mach eine Melonen-Farm. Okay. Brauchen die Licht? Die brauchen fix Licht, gell? Ja. Was ist der Maid? Braucht es der? Warum ist der Maid tot? Was ist der Maid tot? Willst du 1-1-1 machen? Ja, machen wir doch auch. Du das euch. Ja, mir ist egal, ehrlich gesagt. Schakt ruck, schakt ruck. Hey, wir haben den Baten, so 3-teams wieder. es gibt es nicht kommt da ja sehr brav alex gibst du mir mal deine kipps noch ja was ist wenn er doch auf mir geht oder so in der richtung wo bist denn du hast dich da unten in der farm gebaut ja auch noch licht mal auch alter gehen wir mal wieder gab es zwei stück zwei stück ja das ist der todestrakt nach spaß dinge spieler wird zwei schon am bus weg wie geht es echt gut irgendwas mache ich falschen im leben ist er umpickt ist das dann ein pickaxe von da hinten ist er ok ich sehe ihn steve soll ich mitschauen oder nicht ja kannst du machen ja aber wenn was passiert spiel wollen passieren wo ist denn der bleiben wir oben damit die das betrachten müssen dahin gerannt alex du hast angegriffen ja wir hast wo ist denn der jetzt hin weiss ich nicht so minus 60 komm mit alex ja 300 300 und minus 60 hinter mir ja ja kackzombies ey creeper Ich bin noch bei minus 60, wo ist der? Hinter dir auf ne Stöhne. Ach, 360. Er ist auf der offenen Seite hier vorne. Kommst du mit? Ja. Weep weep. Alex machst du mal. Wie gegen mir? Jetzt hab ich meine Gapsschirke. Zumindest 2 Stück. Ey, der Julien hat er. Ich mach Countdown. Ich schon wieder. Na, Spaß. Mach 3, 2, 1, go. Er hat Gaps. Lol. Ob der mir solche Kombos drückt. Er drückt mir halt mega Kombos, ne? Ok. Hast du ihn gehittet? Ja, das war der Ton. Aua. Oh lol, was hat er für nen Schwert? Keine Ahnung. Es ist niemals Sharp 3. 5 Minuten haben wir noch. Lol, er rennt weg. Die Kühe brauche ich. Er rennt halt echt nicht. Nicht, er explodieren. Danke. Alex, kommst du mit? Ja, ok. Du musst ihn ja mit bleiben. Wo bist du? Bist du weit weg? Jep. Diggi echt. Er rennt halt die ganze Zeit, ne? Würde er uns splitten oder was? Also nicht. Wo bist du Alex? Hinter dir zwar weit, aber ja. Sieg dich noch. Warum rennt der denn jetzt? Gibt doch hier. Ist doch schon die Border zum sehen. Fix, gell? Alex, bist du da? Ja, ein bisschen weiter hinten, aber ja. Ich bin hinter dir. Ich verbrauche mein ganzes Essen. Oh man, er rennt halt. Das ist halt so low. Ja, vor allem weil ich an dessen nichts tun kann. Ja. Hat schon wieder Hit. D, 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 D. Das ist ein Damper gewesen. Was wird denn das? Alter, wenn das hier... Ich hab kein Essen mehr. Bist du das für mir? Alter, ich hab keinen Bock hinterher zu rennen. Gib mir mal Chicken oder Brot. Nein! Warum scheint mir sorry, Alter. Ja, aber ne Stunde weg zu rennen. Was ist denn das für ein Kack, ey? Musst einen einholen. Krieg den nicht. Sorry, kein Heal. Ja. Drei Minuten haben wir noch. Ja super, dann macht er jetzt so lange bis wir gekickt werden. Weißt du wie low das ist? Ja, wird man, wenn man eben steht, gekickt überhaupt? Nein. Bist du auch noch da? Ja. Viel weiter weg, aber ja. Loll. Ich muss langsam braten anfangen. Ja, er hat halt keine, er hat nichts mehr. Alex, gib mir mal deine Pearl, bitte. Okay. Mal gleich. Hm. Alter. Boah, jetzt muss ich schon essen. Ja, gib mir mal deine Pearl. Da ja. Alex hier. Wo ist er denn? Doch, fahre ich jetzt einfach gerade aus. Ja, aber es schindet halt Zeit. Ich weiß, ja. Wir können in der Folge halt auch nichts mehr machen. Da kann mal ein Wasser heimen. Hör mich jetzt aber nicht. Was? Wenn wir den da nicht mehr looten können, das ist ja mega. Ja. 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 Du bist auch so ein Held wie ich. Ja. 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 Du bist schon vorbei. Ja. 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 Wir müssen die Zeit, aber wenn ihr."